Musik Ja, hier ist der Komponist, Professor H.C. Paul Poppitz persönlich. Ah, Herr Nachbar! Das ist kein Lärm, das ist Musik. Beachten Sie beispielsweise einmal diesen wohl separierten Akkord, F-Septim hoch 7. Nun, Herr Nachbar, aber Sie stottern ja plötzlich so ungesund. Was, Sie haben einen Schock und Sie wissen nicht, was Sie dagegen tun sollen? Ganz einfach, kein Duschen! Ah, Herr Nachbar! Was macht der Schock? So, keine Fortschritte? Aber natürlich sollen Sie weiter duschen. Es wird langsam kalt unter der Dusche. Was Sie da machen können? Ganz einfach, Herr Nachbar! Ziehen Sie sich doch einfach einen Wittermantel an! Ach so, ach so! Musik Oh, mein Nachbar duscht immer noch. Offensichtlich mit Seife. Musik Was sagen Sie, Herr Nachbar? Mein Rad war prima. Sie haben Ihren Schock verloren. Das glaube ich Ihnen unbesehen. Denn jetzt habe ich Ihnen ja... Schocking! Oh! Musik 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 Musik